Herzlich Willkommen Leute zu einer neuen Folge Rainbow Six mit Kundran, Manus, Sachs und Freezy. Hallo. Manus aka Slutko. Und nochmal Willkommen, OBS funktioniert wieder nicht, deswegen mit Nvidia. Willkommen. Mit Freezy, Manus, Sachs und Kundran. Hallo. Aka Slutko. So. Das war immer ein dummes Spruch gemacht. Das war ein bisschen mit zwei Wunden. So. Auf geht's. Auf geht's, rein ins Häuslein. Oh Gott, von uns laden aber diesmal auch viele. Rein ins Café. Oh, Dalu lädt noch, was denn da los? OBS. Uh. Dalu in Sachs. Ja, natürlich. Ich bin ja längst fertig. Der letzte ist Freezy. Immer Freezy, der noch lädt. Ach, sag das doch nicht. Der Freezy, ey. Aber bei den Gegnern seid ihr auch noch eh noch död. Bin mal gespannt, ob das mit Nvidia hier klappt. Immer schön, so ne Notlösung instant per Knopfdruck parat zu haben. Ja. Ja. Küche. Sätschen. Ja. Muss ich eins runter? Runter. Ah, jetzt haben wir mit der Wunsch. Wie ist denn das hier runter? Der Recruit hat 20% angeschossen. War das nicht eigentlich eine Frost, die mir da entgegen kam? Ja, nee. Das war hier die Kamera, die Kameratisse. Wie dachte ich, das wäre eine Frost? Hm. Also, der Recruit hat auf jeden Fall nur noch 80. Oh! Ah! Wie hast du zweimal geschockt, oder wie? Ja, ja. Der Wunsch da hältst. Der Wunsch da hältst du am Stamm. Schocker der Woche. Ja, das war das Schocker der Woche. Kennst du das noch? Weiß gar nicht. Den Schocker der Woche, das war das Spiel mit diesen Autorennen hier. Das Schocker der Woche. Oh, boah. Ja, ich sag das so oft, also der Schocker der Woche, aber... Nee, das hatten wir ganz speziell in einem Spiel. Ja, ich weiß aber auch recht nicht mehr, woher. Doch, das war ganz... Ach, doch! Tabletop Racing? Ja. Doch. Doch, doch. Was? Nein? Da gab's, glaube ich, auch den Schocker der Woche. Nee, aber es war auch ein Racing. Ja, es war ein Racing-Spiel, aber ich weiß nicht mehr, welches. Sonic Alls haben wir alle zusammengespielt. Nein. Also, ja, haben wir zusammengespielt. Welches Racing geben spiele ich denn sonst mit euch? Äh... GTA? Nein, nein. Da kann man nicht schocken. Oblitter Racer. Bin ich zu oft genug schockiert in GTA? Ja, stimmt. Oblitter Racer, wo man einen rammen muss, dann geht der kaputt. Oblitter Racer. Irgendwo ne Kamera. Die werden hinter diesem Scheiß, hinter der Gemüsetheke sitzen, unter Trevi nix, ey. Gemüse. Oh, sie ist die Vatios offen. Oh. Ja, rückwärts in eine Bärenfalle gerannt. Nice Moves. Da hab ich gedacht, hausgemacht. Oh, da wollte er... Du bist... Du bist ein perfekter Lockvogel gewesen, aber ich hab nur für einen gereicht. Äh, noll. Twitch ist... Äh, Frost. Die haben doch Frost. Ist eh mal geschockt. Versuch's. Noch kam der keiner. Frost wie in der Falle. Frost zweimal geschockt. Ich bin wieder aufgestanden. Gut, Frost hat auch noch 80. Geh wieder raus, Kunter, sonst killt ihr beide. Wow. Oh, da war noch einer. Oh, eine Luft draußen rum. Da war noch einer. Ich hab einen erwischt. Ah, und Kunteran haben sie auch, ist ja grauenhaft. Ja, ich hab mich ja rausgehoben. Frost war rechts. Müse noch, Gemüse. Links, 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 schaut er... Ja, genau, da, die Tür. Da war Frost. Nee, Frost hat er schon. Frost hat er schon. Keiner drin. Rechts kommt einer. Rechts von mir. Nee, links. Nee, rechts kommt einer. Und der ist näher dran. Und jetzt links. Da war. Oh, schade. Da hast du gezittert. Da bist du nervös geworden auf den letzten Meter. Aber Randy, es war wie immer eine durchschnittliche Leistung, von daher ganz gut. Kann der größte Poppen Rainbow Six mal kurz die Gische erhalten? Danke. Na gut, wenn ich mal so ausgeschlafen wäre, dann würde ich vielleicht auch besser spielen. So, ähm. Was nehme ich denn? Was ist das? Ruhe im Karton. Hau ich schon mal auf den Tisch, ey. So. Was haben die Gen eigentlich für komische PCs? So, gehöre mich eins. So. Gib mal eine Weste her. Haben wir Mute? Nee. Ist egal. Mach dir das Fenster trotzdem zu. Also ernst, meine Frage. Fenster. Stopp Drohne bei mir. Hab ich. Stopp. Moment. Was? Das ist die Stopp Drohne. Das. Ach, scheiß drauf. Hat noch eine Drohne gehört? Stopp drei. Aufsicht. Da ist noch eine drin. Castle, mach die Wand bitte gleich nochmal neu. Ich will eine Kamera rauswerfen. Nicht in der Küche. Ich hab nur noch drei. Scheiße. Bei den wie denn jetzt? Nee, nee, nee. Kommen wir nicht mehr hin. Die kommen von da hinten. Boah, das ist aber riskant, Manus. Ja, das war auch gerade nicht so gut. War eigentlich die eine Drohne, die hier eben noch durchgefahren ist? Die habe ich erwischt. Okay, gut. Ich hab eh eine getroffen. Da ist die Wand offen, ne? Hier vielleicht mal so. Oh, da, lober ist denn da, lober ist. Kühlraum, oder? Kühlraum ist noch eine Wand, sozusagen nicht. Oh. Oh Gott. Hier wird aufgeballert im Kühlraum. Äh, Dalu, über dir ist offen, ne? Holla, die Weidfee. Was ist denn passiert? Und warum hat da niemand was gemacht? Die sind schon drin. Die sind schon. Der ist direkt vorgeruscht. Oh, lol. Solange ihr rechts noch die Tür habt, ist eigentlich nicht. Da kommt ne Drohne, sagst du. Das ist noch einer. Oh, fuck. Direkt noch einer für sie. Könnt ihr nicht ein Aidschen reinwerden? Ist noch eine Küche drin. Äh, hier in diesem Vorraum da drin. Den müsst ihr haben. Spring nehmen uns auf. Was, warum? Wie habe ich Friesen jetzt nicht gekauft? Oh, scheiße. Ich habe keine Spritze mehr. Hätte ich zuerst gedreht, sagte du? Höchst du, hallo? Zwei Mann. Hätte ich mir einen Spritze aufgehoben. Oh Gott, Blackbeard. Ja, ja, klar. Leder, einfach zu langsam nah, ey. Warum wurde ich überhaupt mit der Spritze angeschossen? Ich weiß auch, low HP hat das. Die heilt ja mittlerweile. Halt die dauerhaft oder so? Wird es halt nur? Ne, bis 100 bleibt es halt. Und wenn du, du kannst aber auch über 100 schießen. Bis maximal 120. Und dann verliert das über alle zwei Sekunden in der Luft. Okay. Dein Fuse ist jetzt aber auch mal. Verdammte Kacke. Bleib ruhig. Ich bin so krank. Du Hammer. Ich war mal im Monat krank. Wer? Du. Behindert? Die Frage kann ich mir sparen, aber jetzt ohne Mist, was soll denn das? Das letzte Mal, wo du krank warst, lass uns direkt ein Krankner. Das war ja, 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 das war doch dein, dein Infekt, der Influenza-A-Virus, der hab ich von meiner Tochter. Was für ein Infekt? Ah, ich war positiv. Auf jeden Fall. Da oben. Der Tribber? Das war der Tribber, ja. Ja. Einmal bei Rettis Marm, zack. Bei ihm hat nur ein bisschen die Nase gelaufen, dann zack, direkt ins Krankenhaus. Auf dem Vogel der Nacht. Nein, da hat's Influenza-A-Virus. Und, äh, den, von meinem Influenza. Influenza? Die YouTuber-A-Virus. Influenza? Ah, was ist da gerade schon wieder lustig? Ja, weil wir auch Influenza sind. Da halte ich mich überhaupt mit euch. Ist aber wahr. Unten kann eh ne, unten kann eh ne Rundstreifen. Oben wurde auch ne Kamera rausgebrochen, wenn ich da mal in das Fenster... Ganz oben ist auch auf, ja. Ist die weiterhin offens, find's, oder? Die haben's wieder zugemacht, ja, ja. Deswegen ist es Borde jetzt. Oh, wurde es entdeckt. Borde, Leute. Ist doch eh ein Black-Eye, was borde, aber wo ist es? Der Raum-Servo... Äh, hinter dir oder in dir? Auf dem Dach dürfte gerne einer die Luke aufmachen. Ja, aufs Dach kommt die ähnliche auch. Ja, aber die Luke kann gerne einer aufmachen. Welche Luke denn? Hier, Manus. Ach, scheiße. Mach da. Dem Kühlregal ist irgendwie ein Störsonder. Nicht. Du, sollst du nochmal aufballern? Ich hab das Treppenhaus im Blick. Erorfen. Aber ich geh da nicht runter, kann's ja vergessen. Komm, ich geh runter. Oh, was macht ein Randy da? Lol. Du hast die Treppe. Das Treppenhaus? Ja. Wenn die ist irgendwie schon... Ja, ich bin da erst mal hier. Weil mich hat er... Ich hatte Störsonder. Wie kann ich rein? Du kannst hier noch rein. Ja, also direkt drin in der Scanner. Halt schnell, ne? Also mit Shift. Ja, ich hab halt nur die Drohne. Aber passt. Du bist da drin. Ja, dann mit der Drohne vorne weg, wenn's geht. Enemy detected aus. Das heißt, nur noch einer drin. Es ist nur einer drin. Hat mich nicht. Der ist weit... Du musst ja das... Hast du noch Frostfallen auf? Ja, die ist links. Die Frost. Also die ist hier. Kamba und rein. Er war ja grad draußen. Das heißt, der muss ja das Treppenhaus jetzt mal hochbrennen. Ja. Wo kommt der? Da, meinst ihr? Hier kommt der. Da, hier, hier, hier. Hier. Ja, hier, hier. Schon wieder rausgeballert. Ich hab's gesehen. Da, hier. Ja. Da war mit nem Fuß schon drüber. Oh, nein, aber rein. Komm, du nicht. Nicht mit den Schuhen, Freundin. Wer hat denn das Tag der Deutschen Einheit-Abzeichen da gemacht? Richtig, Karne. Doch, ich. Ich leider nicht. Wäre eigentlich mein Abzeichen, ey. Warum hast du's nicht gemacht? Da braucht man Zeit für. Ducks, ihr jetzt haben könnt. Nein, Spaß. Ach, das ist von Witz. Nee, nee. Ach, der Deutschen. Schon wieder vorbei? Ging das nicht ein paar Tage länger? Nein, ein Dach. Nein, nicht nur ein Dach. Keine Ahnung, 25.000 Teams. Ach, das, ach so, das Event. Ich meine, das ist ein Feiertag. Das Event, das? Ja, der Feiertag ging nur ein Tag. Ja, merke auch. Nee, gut verlängert. Gut verlängert. Was ist hier mit dem Fenster? Ja, lass mal, ich brauch gleich ne Kamera hier raus. Feiertag ging nur ein Tag. So, geht's los? Wir lösen, Leute. Leute, Leute, auf geht's. Danke. Ich sag ja immer, sollen sie nur kommen. Mhm. Naja, okay. Engen wie Birds. Den hab ich echt danach verstanden. Toll. So ein Spasti, ey, schieß doch mal nicht hier rein, ey. Sind drei Stück auf dem Dach. Hier. Ja. Er guckt jetzt durchs Fenster hier, der eine. Nee, er hat durchs Fenster geguckt. Ich hab hier noch zwei, eine Kamera ist gleich weg. Kamera, die grad spottet, ist gleich weg. Wo ist der Kondran da direkt mein Schussfeld? Ist da noch einer, Kondran? Ist da noch einer? Einer ist am Fenster, ja. Da Sachsen-Netzplayer liegt. Oh, Kondran. Hinter mir, hinter mir. Nee, nix hinter dir. Doch. Nee, das war ich. Auch mit der Surveight-Ladung, auch gut. Das ist das Kurs habe ich geschossen. Ich glaub noch, das Feuer habe ich mich nicht. Ja, weil du da vor meinen Dings gebrobt bist. Oh, 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 oh. Das ist gefährlich hier. Oh, 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 oh. Ich muss hier vorbeisneaken. Gebt ihr Feuerschutz. Und wie ist das, wenn die Kugeln über dir langfliegen, Soldat? Alles gut, ich hab den Helm auf. Nein. Und dafür hebe ich dich auch. Nein, das ist toll. Der hat sich schlecht gemacht. Performance, sage ich nur. Gute Performance. Drecksfenster waren. Ach, ist doch nicht dein Ernst. Alles klar, Performance. Ach, ist doch nicht dein Ernst. Einer sprengt sich, einer läuft wieder genau in die... Es gab ja nicht mal einen Grund zu schießen. Er ist im Haus und du hast rausgeschossen. Beziehungsweise voll auf mich. Ach so, ich dachte, er chillt noch am Fenster. Ich dachte, er chillt noch am Fenster. Du bist genau dann rüber gelaufen. Du hast erst geschossen, als ich da war. Das tut mir leid. Ist der drinnen oder wo ist der? Nee, der ist nach vorne. Da vorne direkt am Fenster. Aber pass auf, das ist Blackbeer. Ja, Lasten, komm. Einer ist im Treppenhaus und einer ist hier noch rechts in der Küche. Jetzt rechts am Kamin. Kamin kommt da rein. Da haben sie kurz einen T-Kill gemacht. Aus Versehen. Kamin kommt da rein. Es tut mir leid, man. Wirklich. Klassiker. Wieder absichtlich. Wer? Ey, du... Wir müssen nach der Aufnahme echt mal reden, Kollege. Haben wir nicht irgendjemand anders? War doch sonst immer Full-Team. Na, keine Ahnung. Die Ender hat kein Wasser mehr und Early ist halt nicht da. Early ist halt Early. Early hat seine Uhr nach der Jahre. Warum ist eigentlich der Ender nicht umgestellt? Warum ist eigentlich der Ender nicht leer? Fuck, Alter. Achso, Early ist noch so ein bisschen Zeit. Early ist heute geil, der ist 13 Uhr. Boah, der dreht sich nochmal rum, ey. Küche diesmal nicht. Nee, oben. Sag da so, als wäre er schon lange bekannt. Ja, weil ich... Aber ich weiß nicht, wo der jetzt herkam, gerade. Moment. Ach, ganz oben, lol. Aber einer stromert schon wieder in der Mitte rum, ne? Scheiße, Frost stromert in der Mitte rum, ne? Nee, war noch nicht. Doch, Frost stromert beim Train irgendwo rum. Ja. Also doch Train, wusste ich doch. Alter, ich weiß nicht. So, jetzt fuhre ich doch. Beide, bei den Biohazard-Container-Location. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. meine das ist na ja doch zu ist es schon wieso macht ihr das und mann uns war das ist jetzt blöd aha ok da oben das heißt oben ne etage noch drüber ne treppenhaus war treppenhaus da hab ich erinnert auf jeden fall nein die frost ist in den gang wo du am ende warst wo hier frank der runde gezeigt wurde ok frost ist tot da drin ist eine fecket oh gott ich bringe das wurde jetzt der ist nach links gerannt wo ist das scheiß auge da schon wieder der wieder nach rechts gerannt das ist auch ruhe an auf der treppe noch einer rennen warte mal eben warum ist ja 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 falls er noch aussprengt von ran was treibst du so irgendwo wird hier was ein bei mir ist auf jeden fall einer ist in dem nebenzimmer von dem sich mal zurück in die wohnung geschickt hat da eine kammer sieht was da ach mann überleg ob ich hier reingehe jetzt oh ach come on der klassiker links glaube ich links ja oh lol das ist wirklich da guckt er doch so ein mini Loch ne ist aber eigentlich geradeaus die Wand wo sie dahinter sitzen immer noch also dann links jetzt guck dran links ja achso ne moment ach du bist da auf der anderen hast du nicht nur ne Schock ohne Sachse da ist bestimmt auch überhaupt hinter der heute nicht auch ne Bärenpfanne liegt da bin ich ja das bin ich von ran bei dir war gerade einer von ran du musst jetzt rechts durch den weihnachtsbaum rauben innen drin 30 Sekunden gut entdeckt geh durch den weihnachtsbaumraum einfach durch einen hab ich äh Frost kommt von hinten Frost kommt von hinten hinter dir ja nice jawoll schön gemacht ansache kann man mitnehmen hey ich hab ja auch noch einen gehört also die hat ja immer ja ich wollte dir ansagen wo er ist aber das wolltest du ja nicht ja ich war mit dem weihnachtsbaumraum irgendwie das war ja komplexe hier oder ja Leute wenn es euch gefallen lasst ein Like da schaut euch an vorbei wem hat das denn nicht gefallen und tschau tschau